Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, in die Vergangenheit einzunehmen bei Notstormu. In halt was zus, an dieser Position. War-Quest müsste gewesen sein, äh, wirklich in die Gegenwart. Nehme ich hier die Quest mal an. Nun heisst es, Portal nach Arzmeblot genommen. Wir dürfen hier das Portal benutzen. So, und da sind wir auch schon. Quest ist abzugeben, bei Adan Tenormu, in Notend, Arzmeblot, in dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so ein Abonnier-Knopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren, Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.